ok ja toll ich kann verhindern ich bin wiederbelebt weil wir nicht in falls sind yes certainly ok Okay. Hm. Ich glaube, ich muss alle irgendwie um dieses blöde Ding herumlotsen. Das dürfte einfacher sein. Wo war mein Quicksilfe? Da. Ja, ich kann auf jeden Fall alle an dem Ding vorbeilotsen. Aber nicht direkt in... Okay, es sind drei von denen. Ich kann die Dinger halt nicht deaktivieren. Ja? Hm? Vorsichtig dran vorbeilaufen. Ja, das hat geklappt. Ja? Okay. Oh Gott, da können wir nochmal einen Quicksave machen. Oh, es sind doch vier. Ah, Alof, puste den mal bitte für mich weg. Der ist ein bisschen nervig. Ich kann nicht mehr wegnehmen. Ich kann nicht mehr wegnehmen. Ich kann das nicht machen. Ah. Da hab ich nicht schnell genug reagiert. Da haben wir Alof mal wieder. Ah. ich kann nicht durch das Ding ist nicht der Job okay der ist tot Das war's für heute. Nein. Wahrscheinlich. Ich bin hier. Ja? Natürlich. Hier, ich will. Ich werde diskret sein. Ich bin bereit. Was kann ich tun? Gut. Ich habe einen großen und sehr robusten Leitkörper entdeckt, der die Galle direkt in den Hauptkanal befördert. Möglicherweise finde ich einen Weg, ihn zu zerstören. Und dabei am besten die Wärter hier anzupissen. Ah, gestandene Fleisch. Bitte Hände und Füße vor dem Betrieb des Körpers waschen. Auch gut. Steil mal. Achimistische Ladungssäuberung der südwestlichen Tunnel. Die Götterform des Gloriengesichts und der Augen breitet sich weiter in Richtung Süden aus. Nutzt dieses Gerät, um die Tunnel tiefer zu graben. Tut es, bevor die Götterform sie ausfüllt, um zu verhindern, dass ihr ihrer wunderbaren Schöpfung Schaden zu bügen. Dieses einfache Gerät hat zwei kleine Behälter. Wenn diese zerbrechen, vermischt sich die beide darin enthaltenen Substanzen mit explosiver Wirkung. Ich bin hier. Pilzzutat. Ah, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Kittesdiebes, kittesdiebes. Ich bin blind. Da. Äh, Kittes Diebes. Ich glaube, das Aufmachen ist noch nicht das Problem. Ja, ich habe noch nie, äh, ich habe eigentlich selten Dietrich hier gebraucht. Okay, hier ist nichts Besonderes dran. Ähm, der Beflüssigkeit gefüllte Leitkörper zittert leicht, während er seine ekelhaften Inhalte in den Körper pumpt. Den Kanal untersuchen. Die starken Muskeln zittern und ziehen sich zusammen. Der Kanal scheint in Richtung der Gallengrube im Nordosten zu fließen. Das Angreifen. Unter deinem Schlag zieht sich der Kanal zusammen, bevor er wieder in seine alte Form zurückspringt. Ja, absolut. Ah, ich stehe hier echt gerade unpassend. Äh, Adolf angreifen ist nicht sonderlich nett. Also ja, ich komme nicht an die Bombe ran, ohne... Die da anzupissen. Außer ich habe einen Unsichtbarkeitstrank. Habe ich zufällig einen Unsichtbarkeitstrank? Ich habe Impfspray. Öl der Verlockung, trank der Wundersammenheilung, Steintoxin, leuchtender Adra-Trank. Nur im Kampf. So, B. Das Problem ist, der andere, der starrt auch immer die ganze Zeit in die Richtung. Und ich kann ihn nicht umdrehen, oder? Was? Ja. Sag mir. Nein, ich kann das nicht tun. Das ist natürlich. Was? 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 Ja, der da ist das Hauptproblem. Tell me, at once. Tell me. Hör auf, in meine Richtung zu glotzen. Oh Mann, der ist nervig. Dann machen wir es eben doch so, keinen Bock mehr drauf. Und dann wird Phasen einfach mal umgehauen. Ja, ich habe so das Gefühl, ich brauche den Sprengsatz, um das Ding in die Luft zu jagen. Und ich denke nicht, dass ich sie mit einem Feuerball ablenken kann, oder? Nein. Okay. Okay.